In diesem Video erklären wir Ihnen, wie die bewegungsaktivierte Aufnahme aktiviert wird. Loggen Sie sich zuerst auf Ihrem Netzwerk Videorekorder ein. Über das Main Menu, System, Event gelangen Sie in den Motion Detection Bereich. Dort setzen Sie zuerst den Haken bei Enable Detection und Record Channel. Danach klicken Sie auf Set Area. Hier wählen Sie den Bereich in Blau aus, in dem auf Bewegung im Bild geachtet werden soll. Führen Sie diese Schritte mit allen vier Kameras durch. Speichern Sie die Einstellung anschließend über Confirm. Soll bei Bewegungserkennung nun eine automatische Aufnahme auf die Festplatte erfolgen, müssen Sie zuerst die Festplatte formatieren. Dies geschieht über Main Menu, System, Storage und danach links auf Disk. Klicken Sie einmal auf Refresh. Die Festplatte sollte nun, falls noch nicht, erkannt werden. Markieren Sie die Festplatte und klicken anschließend auf Format. Bestätigen Sie die Formatierung mit Confirm. Der Prozess nimmt mehrere Minuten in Anspruch. Der Netzwerk Videorekorder wird anschließend neu gestartet. Nun muss dem Recorder noch mitgeteilt werden, dass er nicht dauerhaft aufnehmen soll, sondern nur, wenn die Bewegungserkennung ausgelöst wird. Dazu klicken Sie auf Main Menu, System, Storage. Setzen Sie die Haken links oben bei All und wählen anschließend unter Channel ebenfalls All aus. Entfernen Sie, wie im Video gezeigt, die grüne Markierung für dauerhafte Aufnahme und setzen Sie anschließend die gelbe Markierung für bewegungsaktivierte Aufnahme. Speichern Sie die Einstellungen über Confirm. Wenn Sie bei einer erkannten Bewegung sich per E-Mail benachrichtigen lassen wollen, dann klicken Sie auf Main Menu, System, Network und darauf folgend auf E-Mail. Geben Sie nun Ihre E-Mail-Daten ein. Anhand dieses Beispiels verwenden wir Gmail. Ob die eingegebenen Daten korrekt sind, überprüfen Sie mit dem E-Mail-Test. Damit der NVR bei einer erkannten Bewegung eine E-Mail sendet, setzen Sie den Haken bei Enable E-Mail-Alarm-Notification. Setzen Sie zusätzlich noch den Haken bei Attach File und ein Bild wird an die E-Mail angehängt. Speichern Sie die Einstellung anschließend wieder über Confirm. Möchten Sie eine Datei im Fall einer Bewegung auf einen FTP-Server hochladen, dann klicken Sie auf Main Menu, System, Network und anschließend auf FTP. Tragen Sie Ihre FTP-Server-Daten ein. Wählen Sie bei Channel All und unter Week wählen Sie All Week. Setzen Sie oben den Haken bei Enable FTP. Durch einen Klick auf Test können Sie die eingegebenen Daten auf Ihre Korrektheit überprüfen. Speichern Sie die Einstellung schließlich über Confirm. Hier können Sie nun sehen, wie die Bewegungserkennung ausgelöst wird. Dies sehen Sie an dem kleinen grünen Kamerasymbol links unten im jeweiligen Bild. Die durch die Bewegungserkennung gemachten Aufnahmen können Sie sich schließlich über Playback ansehen und kontrollieren. Für weitere Informationen zu den Produkten besuchen Sie unseren Online-Shop unter alarm.de. und die Sie vielleicht noch nicht in derimatedenuppert便 sie erocketne. Sie haben die Bewegungserkennung gemachten, die Expeditionismus geschlezes. Sie ist noch nicht in der Lage, die Bewegungserkennung auf der Ebene geknallt.